Gegenwörter Dankeschön 3, 2, 1 Key, 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 Key Ja, Inka läuft halt Oh, fuck Das war hier raus, das ist Inka ausgelaufen Ja, das Hör ich da gleich Kritik? Ach ja, Tela, würdest du dich bedanken, wenn ich jetzt hier deinen Kanal abonniere und die Glocke drücke? Oder bist du undankbar, was den Zuschauern angeht? Jetzt ist gerade Mars-Poll Das bekommt doch gar kein Mitteil Ja, aber vielleicht freut er sich ja, dass das supportet wird Das war doch keine gute Idee Das war doch kein Also ist er halt schon abgehoben, sagst du? Ich bedanke mich immer Ja, jetzt werde ich halt rippen Ja, aber einfach so was geht Du liegst doch schnell Ja, hab schon Ich tankel, ich tankel, easy Ich hab, äh, Dings waren Ivation Ach, Mann Das lohnt sich trotzdem auch, wenn du einmal stirbst Das war auf jeden Fall ein guter Pull Das war echt leister Pull Ich find's immer nicht so toll, ich weiß nicht warum Ja, weil du ein bisschen eingestuhlt hast Bei denen kann ich einfach Bladestorm drücken, bei denen ist alles okay Wenn ich nicht gestorben werde, hätte ich die abgezogen Dreckige Amso muss man doch mal Puls machen Mh Lass die nach hinten ziehen Nö, die lasst du einfach rumlaufen Nö, die lasst du einfach rumlaufen Nö, die lasst du einfach mit Wenn ich Tela Stream schaue Immer wie in 2009, ey, sexy Map Bestes Add-On Ohne Scheiß, ich glaub dieses Add-On wurde außerhalb von VOTK nie installiert Wir müssen halt auch ein bisschen auseinander stehen Wir sprengen uns halt immer gegenseitig weg mit der Scheiße Ja, wir haben doch einen Heiler, der Hände hat, dann sollte es so funktionieren Ah ja Hänge fest, Leute, an den Händen nicht In allen dahin Aber ohne Scheiß erneuter Von euch sieht gerade stressiger aus, als unser Zehner mit einem AFK-DD Ja, weil wir hier Druck machen müssen, da hast du ja natürlich Zeit mit einem AFK-DD Weißt du, eh das ist das Ding, die blüht ist Wir müssen Druck machen Ja, aber er macht Druck macht immer wieder Druck Man kann sagen, warum nehmen wir uns nicht, macht Druck Macht Druck zu Ja, einfach macht Druck Was sollen sie machen, uns verklagen? Nee, Druck machen Das ist geil ist, wenn wir eine Bewerbung bekommen Ob wir die denken, dass er da gilt Okay, gut, komm ran, aber macht Druck Achso, du hast hier so eine Linksfalle geschmissen, ne, können wir mal Ah, das juckt die nicht, okay, die einen Mobs sind eh immun gegen Ja, die einen Forster, die sind, können wir nicht so Ah, genau wieder in ihn reinge... Ah, genau wieder in ihn reinge... Den LeCard und ich machen richtig miese Friese Damage, ey Ja, ich muss bisschen weglaufen Ah fuck, ich hab ganze Combo-Punkte in nichts reingauern, ich lappen Na gut, das geht's Mensch ohne Hände Du gehst Kevin nicht da, da kann er wenigstens aufnehmen Alter Boah Aber ich komm, ne, ich komm am Eingang raus, das lohnt sich nicht Ich tanke doch, ich tanke doch Oh oh Ach, Seleka ist tot Ja Ja Ich kann den Side-Game förmlich sehen Das hat sich gelohnt, ja Ja Cool, jetzt, jetzt, jetzt Jetzt hat's unser Senkel abgekackt, das würd's net machen, ne Ja, aber wer hat überhaupt den Pull ans ins Ohr gelegt, war das für so eine Dede-Karaktion? Hey, ne Pull, die war alles zusammen, das ist voll die Zeit ersprach Wer war das gar nicht, das war doch ein ganz normaler Pull gerade Das war das Pack, ein Pack alleine Ja, ich mein halt das vorhin Das war geil Ja, haben wir das Pack nicht auf plus 10 zu zweit gemacht? Pull, 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 pull Hallo, Plattlast Hat keiner Trommeln, oder was? Nein Oh, wow Aber der ist ja wahrscheinlich immer, wo wir betarft Ich hab leider keine Ja, ne Bull Aber ich habe einen Dall auf dem Maunk, den ich hab Müssen neue kaufen Ja, perfekt Habt ihr alle damage zu dieses Krab, in der Mobgruppe genommen, oder was vor? Ne, ich mach einfach keinen Schaden Ich gucke grad, ein Damage wird auf dieser Krieger mit 10k Haben wir mit 13k Ja, und wenn kein Plattlast kommt, ich hab ein 10 Sekunden Burst Ja, genau, Plattlast ist ungefähr um 2000% gestärkt, oder was? Bleibst du, war ganz gut, dass wir den Ki gewusstet haben, das wär so nicht gewohnt Alter, hab ich jetzt DLK hier so ein Gruppel-Dedee dabei gehabt, ey, oder den Hunter hier Junge, Junge, Junge Huchel, Vorsicht Ach, ja, ne 12k DPS Fühl mich grad, aber ich hätte die anderen Desport boosten Ja, immerhin macht DLK nochmal mehr Schaden als unsere Kunde vorhin Der hat ja auch nur 3k gemacht Ja, der war auch Heiler, ich mein, keine Ahnung Wenn ich jetzt heilen würde, würde das bei mir wahrscheinlich gleicher sein Naja, DLK grad so übern Tank, na bitte Du hast halt nen Burst-Spec Der hat halt nen Burst und talkt dann in den ersten 5 Sekunden rein wie nen Weltmeister hier Ich hab mal nen Burst back Und am Ende ist er knapp vor den anderen, aber Hauptsache da Er ist knapp, er ist knapp vor dem Hunter also, aber knapp vor dir würde ich das jetzt nicht nennen Ja, kein Bloodlust Gleichzeitig mein Burst Ja Sorry, das war wohl mein Fehler Und ich spiel' ich ja Eastback Ja, weißt du, bei so Minimops bombt er halt 3, wie ein Weltmeister macht dann 3 Minuten Damage Total Damage ist das, was zählt in M+. Ja, genau, genau Ja, dass du so den Total Damage nicht mehr haben wirst als Max Ne Ja Bin jetzt schon mit Abstand vorne Und der wird noch größer mit den nächsten Plicks Ja, das lag aber an dem coolen Ich bin vorne Ersten bist du gar nicht vorne Sondern du hast mit 30k's Hunter vorne, dann kommst du und dann komm ich mit 50k unter dir Weißt du, was das Ding ist, weißt du, wo der Vorsprung herkommt? Von dein Kamikaze Sabotage Pool am Anfang, wo du reingebladesompt hast Das ist der einzige Schade, den ich hatte in 20k Ja, aber hier, so ein wertloser, so wertloser Damage in den DLK jetzt macht hier So, schnell die gelben M.O.B.S. Ihr habt noch mehr geedit, ich hasse euch Weißt du, DLK liebt denn die gelben M.O.B.S. Bladestormen Jaja, overall Damage ist das, was zählt So, guck mal, welche vorne ist Ja, guck, so wertloser K.O.B.S. hat er weggebämpft Weißt du, was ist denn da? So, 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 was ist weg hier? So Obdachlosen M.O.B.S. hat umgekleaft, oh, Glückwunsch Musst du weg, knockbacken DLK, der alte S-Bandschläger Bleib nach hinten Was ich meine Wall mal einmal für was Sinnvolles noch hätte, ne? Hättet's halt die unterhändischen Taktiken, gell Kann ich nen Battle-Rest kriegen, damit DLK nicht so viele Scheiße machen? Nee, gib ihm, gib ihm keinen Weißt du, jetzt, jetzt guck mal wie wenig Schaden er macht Was heißt wie wenig Schaden, Alter? Da fangen die Scheiß-Extreiner anfangs in die Scheiß-Gelten dort, die da liegen auf dem Boden Sechs Stück, und denk dich so, ja, miese Tiese bin ich Ja, dde, dde Den aufheben Ja, ich, ich retz ihn Naja Ich hasse das Wollst du schon wieder Interrupted? Jaa, ich denk da nicht dran Sonst retz ich nix Das war ein kleiner Hund Ja, ja Das war auf jeden Fall, Tela, richtig guter Play Den Rest zu casten in den Interrupten War stabile Aktion auf jeden Fall Warum pullt'n die? Weil wir eh noch Trash brauchen Ja, aber danach machen wir alles mit dem Bus, der rödelt doch alles aus dem Leben Da war doch nicht der hinten Wie bekommen wir eigentlich den... Ja, hier hinten brauchen wir den Trash aber nicht Äh gut, Tela hat auch heute erst erfahren, dass Quaking geht Ja, lass mich den Hund wegschicken Ja, gut, das stimmt Ja, normalerweise muss ich halt nicht als Tank Alle 5 Minuten retzten Ja, 5 Minuten reicht gar nicht, alle 2 Minuten Also hier bei so wertlosen Mobgruppen Macht Dela keinen Schaden, wenn ich nicht gepultet hätte Werdlosen Mobgruppen, das sind die Elite-Mobs? Die Elite-Mobs In der Instanz Elite-Mobs Ja, das sind Elite-Mobs Ja, dann lauf mal rum, Rüste Und hol mal den Hund raus Ich bin Dela-Kahn Ich hab'n dort drauf, es wird nichts Na, ich glaub'n mir selbst Das ist doch was Was der Halter war wieder as usual Aber naja Ja Das Problem ist, ich hab'n Addon nicht ausgeschalten Die blinken jetzt die ganze Zeit Die sollten eigentlich blau sein Ja, das macht mich auch wahnsinnig Aber ich vergesse jedes Mal jetzt wieder umzuschalten Ich pull die mal noch dazu Die sollten eigentlich eine Farbe haben Weil ich beide Addons drauf hab' Blinken sie die ganze Zeit, weil die Addons sich backen Oh oh Der müsste da weggehen Oder das dann Oder das Ah Ja, aber Dela könnte doch einfach sein Blattstum Wenn die kleinen Adds bei Zool kommen Um einfach sein Damage zu pushen Denkst du ja, Schaden ist halt Schaden bei Zool Ja, pass mal auf Immer wenn du nicht hinschaust, macht auch Kritter am Boden weg Weißt du, so gelbe Mobs cleave da immer rein Natürlich, natürlich Hat was bei der Schreiben passiert? Oh, das sind gelbe Mobs Was ist dein Geheimnis zu deinem Overall Damage? Hier diese 5 Kakerlaken da an der Ecke der kleinen Blattstum rein Dela kann man heißen die Brustel Ich bin fix am re-loggen Super, dann geht jetzt mein Damage-Buff weg Ach nein, bitte Also du hast ja schon ziemlich abgeschlagen im Total Damage Jetzt, ja, weil ich dreimal zu machen Wie hoch kann eigentlich dein Charge bringen? Wollen wir testen? Warte ne 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 Gut, dann können wir 3 2 1 Warte ne 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 nea Ja jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich aqui rangelaufen Ja, wegen muss ich ihn fokusen ja Ja die Tustel Dennekkah ist der kann ein Stöhnen von dir gehört? Von dir? wissen weißt du lecker wohnt die lag holt das fokus ja jetzt habe ich keine cds mehr ich finde ich bin ich aber gut wie keiner aufs fast geht noch gerade aufs fast gegangen hallo ja ja in aller ruhe euch da gerade leichte kritik da ist wieder so ein alter ich habe ein aggro ich habe schon gar nichts aggro wir haben doch schon wieder ich bin extra weggelaufen und du bladestorms daran ja ich könnten den delekaner verdürzen wir müssen ja da jetzt noch ein bisschen crashpullen weg da weg da ja wenn da so ein komischer kreis auf dem buch ist meistens crashpullen ja aber ich kann glaube ich nicht was uns resettet der boss aufhören zu damage machen hau end aufhaut aufhaut jetzt oder ja 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 aber jetzt kann ich ja mit den viechern raus laufen weil boss ist ja boss ist doch aufpassen jetzt aufpassen aufpassen jetzt aufpassen du bist halt so schlecht bist du dumm alter ich war fixated und jemand läuft noch mit dem quake in mich rein wieso das warum läufst du dann nicht raus aus der gruppe ich bin rausgelaufen äh du blieb bist halt noch kinky aber du kannst ja aber du kannst ja aber du kannst ja freilassen du kommst doch hier raus beim boss er kann ja freilassen weil wir im fall sind ach so immer noch wegen boss delekaner ist jetzt richtig uns gebumst damit er hat euch richtig auf den bauch geschissen mit anderen worten er wollte durchwirbeln mit seinen scheiß bläst du haben hat nicht gecheckt dass er auf dem damage kommt und ist gestorben das wird es wahrscheinlich gewesen sein du warst halt auch ja wie soll es doch anders gewesen sein und dann so hättest du mal gestunnt blablabla jetzt müssen wir eigentlich hier guter raid leader geht jetzt in die logs und guckt ob er die bei the sword vorgepoppt hat kann man das überhaupt noch in bläst du benutzen oder haben sie es rausgenommen sieben minuten können wir wieder battle ratzen jetzt müssen wir wir müssen halt jetzt abwägen die frage ist mach delekan mehr ja genau mach den Mechern das der NPC das ding ist delekan ist tot der kann nicht sterben also sparen wir Zeit müssen wir halt einberechnen ich würde halt behaupten dass der boss mehr damage macht als dele ja und der kann keine Zeit wasten weil wenn er stirbt ja doch der kann einfach irgendwelche Sachen poolen ey das brauchen wir ja dann lassen wir lassen wir lassen wir einfach lassen wir einfach lassen wir einfach ihn jetzt aus dem fight kommen dann können delekan wieder mitspielen und dann lassen wir ihn ja wenn der heiler OM ist ist egal es muss auch so gehen ich bin halt der leidtragende ich muss beim boss wieder alle CDs und du lässst ihn auch weg von den mobs ne gerade ja weil lass jetzt aus fight kommen keine ahnung und das mit ding spielen ja da ist die schnauze voll Willi kannst du jetzt releasen ja ach eier ach ja by the way weißt du wie ich gerade ich sitze gerade mit meinem wireless headset lieg ich gerade im bett ich hab euer telar stream auf meinen fernseher an der wand gezogen deckt mich jetzt zu und guckt zu wie er in kide blätet warte mal jetzt mal eine blöde Frage kannst du mach den kannst du kannst du nicht wiederholen geht das nicht der steht da nämlich noch ne ja aber der macht nix mit warte mal ich will das wissen wir sterben einfach gerade ja war halt super prima sagen wir mal so ne ne ok das funktioniert nicht weil vorher hat der einfach vorher ist der auch wir sind zwischendrin haben wir keine maus mehr gehabt und das ging dass der wieder rein kam in den kampf guck mal kein telekammer dann hier hat ein abbeck lieb mit Blättern auf so ein Traum ey ohne witz ne das ist richtig geil ich sitze hier und sehe einfach wie er depleted und bin ich in der Gruppe ich liege im bett unter meiner kuscheldecke und auf dem fernseher sehe ich was jetzt will ich aber wissen was auf der kuscheldecke drauf ist was hast du bestimmt so ne feil gewichste decke von hier und die heißt an kuscheldecke witzeldecke eigentlich ist es nur ne normale bettdecke ich wollte euch das bildlich zeigen wie gut es mir geht dass ich nicht in dem key bin dass ich nicht in dem key bin sprecht mal an hier leider ist es halt mein key ja das ist natürlich eine traurige geschichte hat jetzt immer noch keine ange- ernsthaft? ja ja dann spreche ich halt an was macht ihr denn? ich sag dreimal könnt ihr ansprechen juckt halt und du kannst ansprechen ja ich muss halt schauen dass die mobs mich nicht tot hitten die tot hitten die tot hitten die ganze zeit ihr sitzt so im haus und guckt aus dem fenster und draußen regnet es und dann denkt ihr euch so oh ich bin jetzt hier im warm so das gefühl hab ich gerade auch nicht gut dass der lecker an den zwei mobsfassen schon wieder gestorben ist ja bestimmt jetzt ruhig ich möchte jetzt immer den russen komm vor allem weißt du der der beim ersten boss ein underlord schon daran gestorben ist weil er in diesen ehe vom boss gerannt ich bin doch gar nicht gestorben ich bin doch gar nicht gestorben ich bin doch gar nicht gestorben ich glaube ich habe einen underlord ich habe andere glaube ich 30 mal oder so in der beta gewartet ich habe dann nicht gesehen dass da jemand daran gestorben ist weil ich bin ich beim ersten bus gestorben ja aber schon öfter mal öfter mal öfter mal öfter mal wenn ich deine, deine failpoles zählen würde dann waren wir heute nicht mehr fertig beim klick mal auf den auf den auf den auf den ja alle schweine kreis stellen ja einfach spam klick auf den skelett kommt den leckanten nicht so da drin stellen würde ja gut gemacht ja wer hat das schon angefangen können wir irgendwo einen einzelnen aufholen einmal was richtig gemacht Damage rufter Damage rufter ja Taylor hat den klick gemisst das habe ich im stream gesehen war sehr gut hätten wir jetzt den schwein hätten wir jetzt den links und unseren boss noch der hätte alle der Ludwig aus dem leben geräutelt ja der hätte schon miese fräse ja aber dele kam muss der auf uns miese fräse ist schon da wir müssen ja komm musst du nicht pullen du pullen okay jetzt habt ihr den gepult doch beide Ludwig Ludwig ist doch auch bloß ne Schildkröte ja richtig die ist war aggressiv bist du da jetzt stehen geblieben tötet mal den großen tötet mal den großen langsam die werfen euch mit zeug ne was würdest du eigentlich behaupten war stressiger zu heilen neuner key mit einer vollwertigen gruppe oder ein zehner key mit zwei leuten schwierig schwierig ja der dele kann ja ungefähr mehr schaden als der tank bekommen glaube ich ja der zehner key war einfacher ich muss blaze abdrücken brudi ich will nix sagen ich glaube du bist im damage taken bisher vor mir ja liegt daran dass du einfach gleich gestorben bist und dass du dich nicht mehr heilen musst das ist halt logisch alter ist dass du klauen wirst erlebten wir schaden nicht wirklich über dir mit 30k ja das ist natürlich ne ich versteck gar nicht warum er sich die ganze zeit gegenseitig schon abpacken muss weil die sich lieb haben weil Hass immer gut ist 10 million dinge du musst mal alter das äh hättest mal Scootoo erleben müssen wie der losgelegt hat weil Hass antreibt Scootoo war noch ne ganz andere nummer so war da der Pull noch ne Gruppe und nämlich schaffst du den Puzzle eh nicht und Rage Pull und die Quiddert müssen wir da hinten einmal kicken so zwei mal im Trinkrate gerript er hat disbanded einfach die komplette Gruppe er hat disbanded einfach die komplette Gruppe ja tut mir leid leider ich hatte nen schlechten Sack er hat einfach er hat einfach er hat einfach er hat einfach es ist halt kein spaß ne es ist halt so es war kein spaß ne der hat einfach mal den Trinkrate disbanded oder so ne komplette Gruppe ja gut er ist guter muss doch sagen der ist ein Wendewald reingegangen hat sich assist erschlichen hat dann disbanded wegen ihn habe ich extra einen Gamern geschrieben er hat geschrieben das hat mich jetzt vor und so beleidigt ich hab euch ein Bild aufgeladen ich hab einen anderen Vorwand gemacht weil eigentlich geht das nicht mehr ne und danach hat er dann zwei Wochen Band bekommen oder so 3 2 1 auf jetzt aber er hatte hast du was du auch sagen musst der war dann hatte der war schon gut ja ich glaube ich jetzt haben wir dir lecker den Burst wieder kaputt gemacht ach mein jetzt kann er keinen Schaden machen muss er auffressen guckst du mir dein Auction House Mount und der Briefkasten eigentlich auch in M Plus wahrscheinlich nicht der Briefkasten nicht oder? Briefkasten geht ja auch ja da kannst du doch einfach Drums kaufen ach hab ich den Hai wieder am Arsch ich muss da jetzt durchlaufen ja leider oi da dass wir keine gelben Mops sind damit die DLK mit den pullen können ach fucks hab ich gefällt na bitte sonst ja wo geht Walde geil alter ich liebe diesen Boss richtig fun ja Walde macht das nur von Haaler was denn so so ist das gerade oh man ey ja läuft bei uns oft bin ich dank wir können's noch schaffen den Pie nicht zu deplaten es ist noch blöd nicht wir müssen aber noch bisschen wir brauchen noch Trash wir bleiben noch hier wir bleiben noch hier rennen aber rüber ja ihr seid alle rübergeritten warum weise dumm sind ich pull die runter Ich sag ja immer, Hauptsache sind alle gesund. Da bin ich mir nicht so sicher, leider zweifel ich dir sagen. Alter, die Meelies, Meelies sind sowas dummes. Ich bin halt der Einzige, der hier die Mops fehlt und stunt. Das macht der Cache und das hat große Urache. Das ist wahrscheinlich auch in relativ hoher Uptime, also die Activity ist wahrscheinlich auch noch höher als die Verlust. Ja, die Active Time hat Telekan halt komplett oben. Dann auch noch Kicks, Stunts, Interrupts, gib'n gute Nutsch, ja. Ihr müsst euch mal die, weißt du, die, die wäre zwar nicht ein Problem bei Sektors beim Firstkill. Ihr müsst euch mal die Active Time angucken. Also man beschafft mindestens 33%. Und hier, Sektor, wie schaffst du mit so wenig Active Time so viel Damage draufzumachen? F***ing Active Time. Ja, da müssen wir halt den Shit da hinten machen, aber jetzt ist es auch schon egal. Willst du mir auf das rechte Pack mit? Ich glaube wir sollten das jetzt einzeln machen, bevor wir das Ding geblieben, oder? Ja. Lass sie mir safe machen. Ach. Was, hab ich das gerade von Deleka gehört? Das war dann ein Spieler. Oder wir machen den Hardcore Mass Pull und schaffen noch eine Double Chiss. So, Deleka pull nicht oder ich pull die? Oder wir können noch alles pullen. Wir müssen, die müssen zurückziehen. Lass dich hier kämpfen. Oh, f***. Wir müssen mit dem Shit auch ein bisschen auseinander. Das sind alles Elite-Mobs. Das ist doch die beste Aussage. Nicht los, das sind alle Elite-Mobs. Oh my god. Ich glaube, wir haben uns fehlt ein paar Prozente, oder? Wir haben die PAD und die obere Gruppe müssen wir dann halt machen. Ja, nur die Obergruppe ist locker easy. Ja, die wird halt lustig. Ne, machen wir. Oh, die oberen PAD war echt, die wird hässlich. Ne, 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 die haben wir vorhin mit dem Kunden geschafft, der zwei KTPS gemacht hat. Ja, nach aber fünf Vibes etwa. Ja, aber jetzt haben wir noch einen DD mehr. Boah, ist jetzt jeder keinen Stopp bei dem Elite-Mobs nicht? Ich f*** die, ich f*** die mal weg, das wird mir jetzt langsam zu heiß hier. Ja. Ja, wo soll ich denn hinlaufen, hier ist alles... Mist zuhören. Ach, ähm, du... Ja, diese 75% Heileffekte ist auch ne fiese Geschichte. Die sind die, war falsch. Äh... Nicht die, ich, ich... Die kommt von unten, oder? Ja, ich CC hier oben, den E-Mob. Ach, wir machen die oben, echt? Ja, ja, ich pull die runter. Wartet, ich hab nur einen Mondfeuer drauf. Ja, ich schieß die auf. Okay. Hab Ward up. Alter, du gehst hier rein und bist halt so ins... Oh, Akko? Okay. Ja, ich, ich kann da jetzt nicht reinlaufen. Ich muss weglaufen. Egal, das töten wir uns schnell jetzt einfach mal. Ich muss, ich muss weglaufen. Ich, ich kann da mal... Es tut, ich glaub keine Akko. Ich, ich lauf jetzt einfach nur, ich lauf einfach nur, das passt schon. Den Hund töten? Genau. Ach, Träumchen. Jetzt uns mal aufs... Pferdermensch kann man stun. Pferdermensch. Der ist nicht mal noch weiter. Jetzt lang nicht Pferdermensch. Das ist kein Pferdermensch, ey. Das ist ein Typ, der hockt auf dem Gaul. Ja, vielleicht ist der festgewachsen mit dem Hund. Nee. Oder mit dem Pferd. Mit dem Hund. Mit dem Hund. Mit dem Hund. Dem Hund. Die Karsten hier von O die ganze Zeit sind schon lang raus. Ein Centaur. Na, warte, hängst du auch da fest? Ja. Fucking... Gute Map. Mit einem super Mars-Pull hätte man vielleicht noch einen Double geschafft. Ja, ich hätte es auch gemacht. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht alle gepullt haben. Nein. Ich bin einfach so deplete geworden. Ach du Scheiße. Alle aus der Täler essen gerade. Nee, weil du isst auch nicht. Bin ja... Ich voll drei, zwei, eins, auf geht's. Ich halte mich durch mein Pad, also alles cool HT Wir haben debuff, ne? Ich weiß, ich wollte bestreuen Dimmkopf Vor allem Dimmkopf Einfach so dumm Einfach so dumm Hütet euch Rootst du die Sätze? Ja, ja, mach ich Ja gut, ja, ja, ja Ich muss noch krass Ich glaube ich ja Kann ja keiner wissen, dass du denen eigentlich entgegenläufst Ja Stimmt, nicht schlimm Jedenfalls jetzt mal ein Fehler Manchen mehr, manchen weniger Du hast ein bisschen Pech beim Denken Quatsch User, join your channel User, join your channel Ja, was geht für euch? Oh, ihr bombt mich halt Wille kann heute mal ein Alkidi blieben Ich hab jetzt wieder langsam sauer, jetzt musst du aufpassen Sieh schon, Gilden Dispend vor Ich hab, ich bin der Gilden Meister, das passt schon Du bist ja noch schlimmer, du hast ja schon den Finger oben drüber Ja Ja Ach, seid ihr auch noch grad im Freihafen drin? Ja Plus Hier Und uns geht um Wie viel Was? Plus vier? Was machst du? Ja, wir machen Plus vier Heiko Naja, wir haben plus neun schon in Time in der ersten Woche Nur Total Damage Das ist der Gestalt gesehen Plus vier Hey Jungs, rhein den Top Platz Das hat er jetzt die ganze Zeit ge- Ich hab halt wieder keinen Loot gekriegt, was Lob mach ich denn hier überhaupt Ist das... Oha, warum der Ring nicht, mann? Aber, Ende... Oh, ist das ein gutes Trinket? Ja, dann müsste es wohl eigentlich schlecht sein. Aber doch, ich kann... Ich hab Toll-Dar-Gore zählt bekommen. Jetzt hab ich 3 Innis gemacht und 3x keinen Loot, das hat sich ja richtig kommuniziert. Toll-Dar-Gore ist aber bestimmt nicht so schwer, oder? Naja, zum Zählen ist der Cancer. Warum? Du musst doch einfach... Noo, der Endboss ist zu zweit. Guck mal, der Endboss ist zu zweit. Nee, nee, nee. Ich... Ich würd' den aber machen, weil ich glaub, in-time geht's schon. Und eine Person, die... Eine Person weniger die Fässer trägt und so, das ist schon, hm. Wie meinst du, wie Andorod? Was ist das denn locker easy? Ansonsten hab ich ein Vakress 9. Ich hab Shrine 10 noch. Also Vakress geht auch. Also Shrine 10 ist Schrank nicht schwierig. Ich hab Vakress 11 mit randoms plus 2 gemacht, diese Eudy. Also Vakress ist geil. Let's go. Wohin denn? Ein Dealer hat mir eigentlich noch einen zweiten, dritten Dede dabei, weil ich sehe dann den Damage mit der keinen. Nee. Weißt du ja, die Bomben bei den Billig... Da war so ein Dede, der hat immer reingetorgt in den ersten fünf Sekunden, aber... Am Ende ist er insgesamt unten. Warte mal, soll ich mal Tote gucken, wer da die meisten hat? Warte mal, wie du nur 10 Okeys auf deinen Druiden hast. Ja, ich bin ja getranst, da waren ja alle anderen weg. Da waren alle anderen weg dann. Deswegen, äh, hatte ich ja dann nix. Er schaut auch, da sind die anderen, das hat das halt auch noch irgendwie gecheckt sogar. Ich hab nicht viele Keys gemacht, ich mach eigentlich immer nur Weekly Chefs. Ich bin für Schrein eigentlich. Nein, ich wär für Kornsteig. Kann ich mal nach dem Kunden suchen. Ja, also ein Key guck ich mir noch an in einem Stream, dann muss ich aber auch ins Bettchen. Aber einen guck ich mir noch an. Echt richtig gute Abendunterhaltung. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen machen will, ehrlich gesagt. Ich hab jetzt drei EIs gemacht und dreimal keinen Loot gekriegt. Na klar, du kriegst in der nächsten auf jeden Fall was. Weinst du? Noch einen, warum? Ich hab vielleicht sogar einen Kunden. Ich hab vielleicht sogar einen Kundenschön. Lass du, Tela, willst du doch nicht einen deiner Zuschauer enttäuschen? Ich mein, ich liege gerade im Kunden sichern. Ich mein, ich liege gerade im Kunden sichern. Komm, wir spielen einen Kornsteig machen, den schneller auf 10 oder 11. Ja, wie gesagt, ich liege im Bett mit meinem Headset, hab auf, äh, an dem Fernseher, der an meiner Wand hängt, hab ich Tela streamen und ich genieße die Show. Genieße die Show. Ja, ich schau mir hier quasi die MDI-Taktiken halt ab. Ich weiß gar nicht, warum der Run so schlecht geredet wurde. Das war fast Tuchess. Ja? Alter, das war absolut Chaos. Let us entertain you. Ich glaube, wir hätten Tuchess geschafft, weil Deleka nicht bei dem Buss gestorben. Aber da musst du jetzt auch mal ein bisschen reindeladen, ne? Also Notzugucken geht nicht. Was habt ihr overall damage gemacht in der Instance? 13,5, 13,12,6. Und der, der würde den nehmen, der packt welche Instance. Wollen wir den jetzt boosten? Ja, aber erstmal brauchen wir einen Key. Drei ist... Ich hab nen Kunden, aber kein Key oder was? Ihr habt doch irgendwo nen 10er Key, oder? Sag ihm halt in ner halben Stunde legen wir los. Willst du den Kunden schon am Anfang anlügen? Das hoffen wir doch. Also 35 Minuten lang. Grundstein ist eigentlich easy. Eigentlich kann da nicht viel passieren. Also Grundstein ist eigentlich einer der leichtesten. Eben. Hier jetzt schnell auf 10 boxen, da haben wir nen tollen Key danach. Ja. Und dann kriegst du hier Dings Underlord, ne? 10. Aber da haben wir jetzt schon Tactics. Da haben wir jetzt schon richtige Tactics. Na dann. Auf geht's. Keine Ahnung. Ich wollte heute zwar eigentlich gar keine Keys laufen, aber egal. Komm jetzt. Jetzt hast du auch so viel Spaß, ne? Ja, so viel Spaß. Ja, so viel Spaß. Die Zeit ja auch wie im Flugel, wenn man Spaß hat. Da hat halt auch schon ein überkrasses Gear. Außer der Link. Aber ist nicht noch ein besserer Ring gedroppt als 355? Hä, wo? Du hast nur noch einen 355 gering? Ja, weil ich halt noch keinen besseren gekriegt hab. Hm. Und den vorhin hab ich ja nicht gewonnen, den hast du mir ja weggerollt. Ne, den hab ich aber auch gegeben an Bolt. Dann hat den mir der Hunter weggerollt. Nehmen wir jetzt mal Trumps mit für uns, ne? Du brauchst eigentlich nur noch ne Ring und Handgelenke. Und ne Brust. Und ne Brust 340, glaub ich halt. Ich hab halt den Raid ganz gut reingelackt, muss ich sagen. Das ist echt krass. Als ob dir das leid tun würde. Ja, das Mikrofon ist in mein Bart gehört. Man braucht halt echt nur Glück eigentlich in dem Spiel. Ja, mehr brauchst du halt nicht. Sein Battletendend heißt ist mir egal. Sein Paladin heißt RapBot Please. Der scheint eure Videos öfter zu schauen. Wie viel hast du verkauft? 300. Weiß. Ja, da weißt du, was ja die 3 gesagt hat, das kam noch flüssig. Und die Nachkommastelle war gestockt. Drei, äh... Das ist eigentlich für 3 Mille verkauft. Gibt uns 10% ab. Drei, 100. Tausend Millionen. Drei, 100. Da hörst du wie er die 90k verschluckt hat. Oh mein Gott. Vielleicht. Am besten nochmal anfragen, ähm... Wie viel er nochmal gezahlt hat vor dem Rund. Ey, jemand einfach mal behauptet, dass halt nicht stimmt. Edel, wiss mal einfach nochmal den Kunden an. Wie viel hast du bekommen? Äh, vier, äh, drei, äh, zwei, äh... Im Vorrat haben sie es auch schon zu mir behauptet und gesagt, da kannst du bitte nochmal schreiben, wie viel du bezahlt hast. Ja, hast du halt geschmiert, alles leint das. Ist hier schon irgendwie mit Supporten außer mir? Ich bin klein da. Skript jetzt. Was ist wie bei so einer Zaubershow, weißt du? Wir sitzen zwar im Café, aber alle Leute im Café sind sitzen auf deiner Gehaltsliste. Äh... Ich kann da fragen, wen ich will, ey. Ja, wer will mit sich, äh... Ein Ranger will ganz gut. Vielleicht dieser Mage, der aus dem Bett heraus reintalkt. Ja, wer weiß, wie bist du das eigentlich gerade viel zu gut? Du bist doch eh goldgierig los. Ah, ja, nee. Ich will echt gleich schlafen. Ey, dir ist aber schon... Dir ist aber schon klar, wenn wir einen boosten, dass wir dann nur vier Leute sein können, ne? Ja, dann wird er dann wieder gecuttet. Du holst ihn jetzt rein in die Kiefer auf die Rechte, dann kann es ihn. Einfach. Einfach. Da muss man wirklich auch Prioritäten setzen. Ey, darf ich jetzt gerade... Du brauchst... Komm, Chris, komm mit. Du brauchst EG. Du brauchst doch EG. Du brauchst... Du brauchst einen... Du brauchst einen Run. Jetzt penn. Was? Was? Mein Grundsteig geht dauert eine halbe Stunde, dauert 25 Minuten. Das ist easy. Wo soll ich den Kunden fragen, ob er einen Niner kaufen möchte? Und den entschenkt halt nicht, ne? Eben. Ich soll den Kunden fragen, ob er einen Niner kaufen möchte? Was hast du da jetzt eingeladen? Ist das einer von uns? Ja. Der taucht im Damage-Meter oft nicht auf, deswegen kennst du ihn noch nicht. Christoph hat einen 10-Item-Level weniger als alle anderen. Deswegen bräuch ich Gier. Wie viel hast du ein, Christoph? 58. 50. Was? 58? Habe ich alle? 58! Bist du sicher, dass du den Key mitrunnen willst und nicht bezahlen? Das ist halt 11,5 unter mir. Ja. Aha. Oh, das ist echt wenig. 58! Ja, aber Hauptsache, er hat mal kurz auf die Trinkets geguckt. Mhm, ja. Wollte grad sagen, Hauptsache, er hat bessere Trinkets als mein Mage. Fick dich. Weil bei 3,58 müsste ich ja glaube ich schon Geld verlangen für den Boost hier. Aber gar nicht so viel Delay drin, ne? Einen Menschen wird noch einen Energies kaufen, ey.